Okay, da bin ich wieder. Es ging schneller als erwartet und zwar... Gehe ich nochmal zurück, weil... Ah, warte mal. Leise laufen, weil jetzt ist der Hausmeister noch da. Ich habe gerade nachgeschaut einfach und habe festgestellt und ich weiß nicht, wie ich drauf hätte kommen sollen. Und ich kann es doch nicht machen, weil ich brauche den Schlüssel dafür. Man braucht anscheinend noch ein Insektenspray dazu, was man im Wanderclub bekommt. Ich habe keine Ahnung. Also ich versuche das mal, ob das wirklich so klappt. Vermutlich kann es sein, dass er deswegen... Tag hoch. Dass er deswegen keinen Quick-Time-Event-Prompt macht, weil uns dieses Item noch fehlt. Und man es ohne das Item nicht besiegen kann. Achso, ja, stimmt, den Schlüssel. Ja, ja, den Schlüssel weht. Ach, so. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich drauf hätte kommen sollen, dass man noch ein Insektenspray benötigt. Vielleicht hätte das in irgendeinem Text gestanden. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich drauf hätte kommen sollen. So. Ähm. Karte. Wander AG. Kaufanfrage, Adressat, Hauptbüro, Wander AG. Gegenstand Insektenschutzmittel. Begründung zur Vermeidung von Schäden durch Insekten bei der Teilnahme in Freiluftaktivitäten. Aufgrund des leicht entfernbaren Inhalts nicht in der Nähe von Feuer verwenden. Okay, und es steht hier. Okay, ist hier vielleicht noch was drin, ehe ich es vergesse. Da ist nichts drin. Okay. Dann hoffe ich mal, dass es dann klappt. So. So. Hier steht jetzt 86, 83. Hey, es ist der gleiche Code wie beim ersten Mal. Das heißt, ich möchte immer noch die Kappe haben. So. Gut. Jetzt. Ähm, 5924. Komische Sache. 5924. So. Stand das irgendwo? Das muss ich nachher nochmal vielleicht in den... Hier war ja kein... Ne, hier war nichts. Ich muss das nachher vielleicht nochmal in den Dokumenten nachlesen, ob das irgendwo stand. Und ich habe es verpeilt. Ich meine, vielleicht stand es auch irgendwo und ich... Ähm... Also, hätte ich das irgendwo finden können in einem Dokument? Und, dass ich nicht gefunden habe bis jetzt? Wenn, dann wäre das allerdings ein bisschen fies. Weil, das kann ich ja nicht wissen. So, aber dann müsste es jetzt hoffentlich funktionieren. So. Gut, dann rennen wir nochmal durch die dunklen Gänge. Ah, wie gesagt, der dunkle... dunkle Gang Simulator 2017. Ähm... Das soll laut dem offiziellen Wiki übrigens Eier sein. Sehr komisch aufzuhören. Ähm... 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 Ja, gut. Aber gut, ich meine, es ist auch ein komischer Baum. Von daher passt das eigentlich ins Thema rein. Ähm... Da muss ich auch gut durchs Runge-Renne. Äh... Aber, mit etwas Glück ist es dann jetzt auch geschafft. Und ich kann meine Frage im, ähm... Steam-Forum gleich wieder löschen. Ach, ja. Wenn man etwas nicht so glaubt, wie man es... Wie man es annimmt und man sofort irgendwelche Fragen irgendwo stellt. Und dann ist die Antwort, du machst es ganz falsch. Etwas peinlich. Aber, wie gesagt, woher hätte ich das jetzt wissen sollen? Vielleicht ein bisschen aufmerksamer spielen. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, ob wir ein Dokument gefunden haben, wo irgend so was drin stand oder so. Meines Wissens nach... Nix... Haben wir nichts davon. Ich kann, wie gesagt, nachher nochmal nachschauen. Aber... Nicht, dass ich wüsste. So, jetzt der alles entscheidende Moment. Können wir jetzt diesem Ding ausweichen? Die Spannung steigt, die Spannung steigt. Hände an die Tastatur. Ja, wir können es jetzt. Es war tatsächlich... Das Insektenspray. Das jetzt brennt. Ich meine, es ist effektiv gegen Insekten. Feuer. Mach ich auch immer so, wenn ich eine Spinne in meinem Zimmer sehe. Immer gleich kill it with fire. Schweben wir? Ne, wir drehen uns nur ganz lustig. Jedenfalls, das wäre geschafft. Ich schaue jetzt echt nochmal kurz nach den Dokumenten. Notiz aus dem... Das ist nicht... Ich meine, gut, wenn man nämlich diesen... Diese Notiz nicht gefunden hätte, wüsste man auch nicht, wo das Lösungsmittel wäre. Das war ja auch nur Zufall, dass ich darauf kam. Das haben wir jetzt ja erst gerade gefunden. Das heißt, es kann sein, dass irgendwo ein Dokument rumlag, auf dem draufsteht irgendwas mit Insektenschutzmitteln. Äh, Insektenschutzmitteln. Insekt... Doch, ja, Insektenschutzmitteln. Äh, Insektiziden. Und allein dadurch... Dadurch hätte man das wissen können und ich habe das Ding nicht gefunden. Hier ist ein Dokument. Notizen aus dem Biologieunterricht Spinnen. Ja, wie gesagt. Kill it with fire. Anthropoden, Gliederfüßler der Klasse Arachnider. Sind also keine Käfer. Achtbeinig. Brrrr. Sechs bis acht Augen. Der Körper besteht aus Kopf, Brust und Magen. Was ist der Unterschied? Ich meine, klar, ich habe auch nur meinen Magen im Kopf, von daher... Es gibt wandernde und sesshafte Arten. Sie können nicht kaufen. Sie lösen ihre Nahrung mit Magensäure auf Gitt. Aufgrund ihrer dünnen Knochen und ihres weichen Körpers sind sie schwer zu konservieren. Wie haben sie dann die im Biologielabor konserviert? Es sind schwer zu konservieren, aber nicht unmöglich. Nächste Woche messen wir das Gewicht einer Spinnehand eines Exemplars. Der Lehrer hat versprochen, am Ende eine Schauergeschichte zu erzählen, wenn wir früher fertig sind. Ich bin so aufgeregt. Gut, okay, dann suchen wir mal durch. Ach, das hat funktioniert. Ich freue mich. Aber ich bin ein bisschen echt irritiert. Wie gesagt, vermutlich hätte man irgendwo ein Dokument gefunden, wo das mit dem Insektizid draufsteht. Und auch wo man das finden kann. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Was ich jetzt aber erstmal mache... Ich schaue mir hier diese anderen Klassenzimmer an. Ne, was ich auch erstmal mache, ist danach, nach dem Anschauen... Ich will... Äh, speichern. Dann ist das auch mal getan. Dann muss ich das nicht irgendwie nochmal machen, weil ich jetzt vom Hausmeister verprügelt werde oder so. Ähm... Okay. Gut. Aber ich bin froh, es war kein Bug, sondern nur meine Unfähigkeit. Hashtag ProGamer. Ähm... Wenn es ein Bug gewesen wäre, wäre es sehr ärgerlich gewesen. Komische Radio-Geräusche. Ich warte ja auch immer noch darauf, dass hier jetzt so eine Frau wieder rausspringt. Nein, ein Gramm-Gewicht. Das hatten wir letztens schon mal. Wo wir dann gestorben sind, genau. Kommt das von hier, das Geräusch? Ne. Doch. Ah! Teils Kursplans, Mathematik. Okay. Das Geräusch ist weg. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen mag. Da leuchtet was. Wahrscheinlich, weil da eine Frau drinsteckt. Ähm... Zweignis. Zweitbester. Hörer. Zweignis, die du guter benötigen. Es scheint, als habe er oder sie durch die Falschbeantwortung weniger Fragen den zweiten Platz erreicht. Okay. 931 von 1000 Punkten. Gut. Scheinbar. Ähm... Erstmal speichern. Erstmal speichern. So. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal nochmal noch tatsächlich eine kleine Aufnahmepause. Okay, und weiter geht's. Ach ja. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Ich kann jetzt auch für das Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehre. Ich will jetzt erstmal tatsächlich alle Zimmer durchmachen, bevor ich zu, ähm, so young weitergehe. Ach so, ja. Und nicht zu laut sein, weil, äh... Ich kann hier doch noch nicht dran. Okay. Gab's hier sonst noch was hier unten? Ja, 2-1 da hinten. Ich darf nicht so laut sein, weil Hausmeister natürlich. Hm. Ähm. Naja. Also wenn man nicht gegen irgendwelche Baummonster kämpft, dann kämpft man gegen den Hausmeister. Ähm, es ist ein Kreuz in dieser Schule. Also. Ja. Wollte irgendeinen flotten Spruch bringen, aber mir fällt gerade wirklich beim Besten wirklich nichts ein dazu noch. Aufgeschlossen. Okay. Hier hängt doch auch was. Nochmal Kursplan Mathematik. Warum gibt's davon mehrere? Was kann ich mit denen tun? Hm. Hier ist etwas drin. Ah, ein Filzstift. Gut. Ähm. Vielleicht sind tatsächlich nur in denen, wo es leuchtet, Sachen drin. Ich möchte trotzdem mal die anderen aufmachen, nur um nichts zu verpassen. Auch wenn ich dadurch natürlich das Risiko einer, einer, eines Jumpscares eingehe. Das ist ein Risiko, das muss man halt eingehen. So, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Aus beim Beischlaf. Ähm. Genau. Das ist langsam und leise hier hoch. So. Welche, welche Sachen fehlen uns hier oben noch? Hier oben fehlen uns alle Zimmer und die Fotografie-AG. Okay. Ja, nee, dann geh ich... Dann geh ich doch erst mal. Erst mal. Ich geh die Zimmer nach... Also Stück für Stück ab. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, äh... Ja. Noch ein schönes Bild. Hä? Äh, hier ist das Schluss. Okay. So, aufgeschlossen. Ach. Okay. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich kann hier diese... Karten einsetzen. Fünf Stück. Okay. Das heißt, ich muss noch drei weitere finden. Sind die in den anderen Zimmern verstreut und ich hab die nicht gesehen? Wieder das komische Radio-Geräusch. Dann geh ich vielleicht doch auch nochmal nachher kurz die Zimmer durch. Ob... Ob ich noch weitere Mathe-Kärtchen übersehen hab. Ich mein, ich weiß wirklich nicht, was es bringt. Ich schreib's mir vielleicht auch nochmal kurz auf, dass ich nicht vergesse, es ist 2-7. 2-7... 2-7... Stift. 2-7... Mathe. So. Gut. Hier ist nichts. So lange kann ich auch nicht entdecken. Hm. Hm. Auch kein Mathe-Schild. Aber... Eine Holzmarke. Okay. Das ist gut, weil wir wissen ja, dass in dieser Schule als Schlüssel benutzt werden. Wie in jeder ordentlichen koreanischen Schule. Hier ist ein Dokument drin. Eine Geistergeschichte. Geschichte. Bin schon ziemlich fertig. Sieht man mir, glaub ich, auch an so. Äh, 17. Die Stimme, die mich ruft. A und B waren Klassenkameradinnen und Freundinnen. A kümmerte sich stets... Und ich find diese Geschichte jetzt schon so mitreißend. Und man steckt so richtig in diesen Charakteren drin. So. Diese A. Und diese B. Ähm. A kümmerte sich stets um B, die sehr zerbrechig war. B war A immer sehr dankbar dafür. B wusste... Moment mal, ich hab schon wieder vergessen, wer wer ist. B war A immer sehr dankbar dafür. B wusste, dass A ihr ein normales Leben an der Schule ermöglichte. Für B war A die wichtigste Person in ihrem Leben. Eines Tages ereignete sich ein Unfall an der Schule. Es gab ein Feuer im alten Schulgebäude. B befand sich im Inneren. B konnte nicht entkommen und starb im Feuer. A war tief betrübt über Bs Tod. Sie konnte B beinahe nach ihr Rufen hören, dass sie sie retten möge. In A's Vorstellung wandelte sich die verzweifelte Stimme von B allmählich zu einer zornigen. A war sehr traurig und dachte, Bs Tod wäre ihre Schuld. A wollte ihr Zimmer nicht mehr verlassen. All ihre Gedanken drehten sich um B. Im Schlaf erschien ihr B und klagte A an, sie nicht gerettet zu haben. Auch tagsüber folgte ihr Bs Stimme. A wusste, dass sie sich alles aufgrund ihrer Trauer- und Schuldgefühle einbilden musste. Aber dennoch litt sie qualen. A begann mit jedem Tag mehr Gewicht zu verlieren. Schmerz und Schuld drohten sie zu entdrücken. Schließlich schlich A sich des Nachts aus ihrem Zimmer, um der Schule einen Besuch abzustatten. A passierte die Bank auf dem Schulhof, auf der die beiden stets gesessen und geredet hatten, und begab sich an den Ort, an dem B gestorben war. Auch dort hörte A Bs zornige Stimme. A beschloss, ihre Qualen dort zu beenden. Um der Trauer und ihren Schuldgefühlen wegen des Verlustes ihrer Freundin zu entkommen, wählte sie den Selbstmord. A war davon überzeugt, dass dies der einzige Weg war, Bs vorwurfsvoller Stimme zu entkommen. A beschloss sich zu erhängen. Der Schmerz war so groß. A rang mit dem Atem, bis ihre Sicht allmählich schwand. Als erschien sie ihr zur Begrüßung, sah A plötzlich B vor sich. Ihr Gesicht war von einem blauen Schimmer umgeben, und sie lächelte. B näherte sich A und flüsterte, Danke, du musstest sterben, damit ich wieder leben kann. A versuchte zu atmen, sich aus ihrem Schicksal zu retten. Die flüsternde Stimme war die Stimme von B, dieselbe Stimme, die ihr seit Bs Tod gefolgt war. A hatte sich das alles gar nicht angebildet. Die Stimme war echt, und sie sprach auf den A B. Ja, wundervoll. Es war ein ganz großes Baummonster. Ein riesiges Baummonster hat Sojang entführt. Trie, bist du wundervoll? Hmm, ich verstehe nicht, was du sagst. Warum gibt es so viele Leute in dieser Schule, die komplett verabschiedet sind so jung? Sie ist nicht so schön. Hmm. Äh, also, ähm, das geht dich nichts an. Außerdem fällt mir gerade auf, dass die, dass ich den Ton wieder hätte lauter stellen müssen. Äh, ups. Ähm, es geht sie eigentlich nichts an, aber das ist, ähm, ähm, ähm. Du bist ziemlich unhöflich. Herrlich? Ist sie wirklich so? Ja, sie ist. Und das ist nicht alles. Es gibt ein tonne von totally strange Rumors über sie. Rumor hat es. So jung. Ähm, folgen oder zur Quelle des Geräusches? Ähm, ähm, zur Quelle des Geräusches? No risk no fun. Und so. Ha, ha, ha. 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 Ähm, hallo. Ähm, alles okay? Hast du dir wehgetan? Wie heißt mir? Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, vor allem ein Baummonster. Ich habe nichts mehr erinnern. Ich wöge auf dem Boden, in einem komplett anderen Raum. Da war etwas aus Holz, das aussah wie ein Talsmann. Ich habe dieses Teil einfach nur an die richtige Stelle gesetzt. Ich frage mich, was hier vor sich geht. Ich frage mich tatsächlich, was hier vor sich geht. Ich frage mich das sehr. Ich frage mich das sehr. Nein, ich weiß nichts über Baummonster. Alles klar, das ist gut. Diese Schule hat so viele schlössige Geheimnisse. Ich gehe jetzt. Wenn du die Schule verlassen möchtest, geh auch zum Hauptbau. Warte, nehme ich mit.